jo hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen flyer legacy video wir machen heute das besen event vorher noch ein kleines box opening mit echt nur 18 boxen war ja ich habe es glaube ich letzten paar tage ein paar vergessen mir die boxen fürs werbung angucken zu holen anscheinend paar mal öfter weil wenn das wirklich seit dem letzten video das dann quasi ich habe es quasi zwei meine letzten keine acht tagen gemacht war das ist nicht gut aber in letzter zeit vernachlässige ich das game immer mehr muss ich zugeben aber das muss sein was auch dafür sorgt dass es das dritte besen event ist seit ich den mondgeist besen habe und wen immer noch nicht auf die nächste stufe wahrscheinlich upgraden werden also ich kann zwar jetzt noch meine sehen gebundenen diamanten sind 12.500 investieren allerdings muss ich vorher noch dafür sorgen dass ich genügend marken habe ehrenmarken kaufen wir davon mal schnell 75 und dann können wir jetzt alle hier reinballern sind 369 stück gerade mal das ist echt wenig und damit kommen wir insgesamt auf gerade mal 1200 also 40 versuche nicht mal 39 versuche und ohne jackpot wird das nicht reichen leider nicht mal ansatzweise wenn jetzt noch mal genauso viel hätte würde es immer noch nicht reichen ich brauche wahrscheinlich noch so knapp 2000 vielleicht 2000 und ein paar hundert das ist echt traurig das ist einfach nur traurig windgedrungener stein haben auch nicht genug ist pergament haben wir da genug und dann bleibt uns quasi noch strahlende kristalle übrig da habe ich ein paar da habe ich glaube ich ein stack eingelagert genau aber ich denke insgesamt sind das auch nicht so ultra viele tausend irgendwas tausend und gut 1900 tatsächlich gar nicht so wenig ja gut dann boom 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 und jetzt fehlen uns wieder 2600 ja moin ja gut beim nächsten mal wäre es dann wahrscheinlich sogar klüger hier einmal das und zweimal das zu upgraden irgendwie so falls es bis dahin reicht aber ja keine ahnung das war echt unbefriedigend das hat so ziemlich absolut überhaupt nichts gebracht also ja dann bleiben das letzte sowieso nur noch und dann sind wir hier schon wieder fertig für heute mit ein sehr kurzes video ab diesen events sind ja meistens ziemlich cool außer man verbindet es mit irgendwas anderem schauen wir noch ins begleiter gacha lager und holen uns die ganzen herzen ich meine da müsste auf jeden fall ein bisschen was gehen aber für zwei upgrades wird es auch nicht reichen leider zack 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 ja 33.600 genau da haben wir hier ja gut wobei doch für zwei upgrades reicht es ja sogar 13.700 42.000 kampfkraft und 27.000 kampfkraft okay ja das ist doch gar nicht so schlecht er ist jetzt mittlerweile auch level 60 der drastmark drache das heißt nur noch zwei level unter meinem einhorn ja das ist echt der einzige lichtblick hier dass man quasi ein bisschen kampfkraft zumindest noch bekommt aber das ist echt crazy also vor allem 1200 rumreiche kristalle es klingt so schlecht und man hat jetzt auch gesehen wie wenig es ausgemacht hat aber wie unfassbar lange ist tower 1200 kristalle zu kriegen das ist ja abnormal also es ist ja nicht so dass die jetzt ultra häufig sind oder dass die irgendwie keine ahnung also dass es divisant am meer gibt am meer gibt oder irgendwie so also das ist ja crazy das ist wirklich insane und dann hat auch einfach die tatsache dass das ja hier das ist ja besenstufe von wie viel von wie viel sind ja gerade mal bei der hälfte naja gut okay ein bisschen mehr als der hälfte aber ach das sind auch so viele besenstufen vor uns das ist halt einfach nur geisteskrank einfach nur absurd naja gut dann danke euch auf jeden Fall fürs zuschauen würde mich selber ein like, kommentar, ein abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Fly of Legacy Video bis dahin ciao ciao ciao